Wenn du weiter so redest, wird sie uns gleich ins Gesicht hüpfen, ich sag's dir. Wie mach ich das aus? Marlene, entweder du machst das jetzt aus, oder ich krieg' einen Anfall. Ich weiß zwar nicht, wo hier ein Knochen sein soll. Hä, da sind gute Fotos geworden, was willst du denn? Sie ist hier, hier ist sie, hier ist sie. Trigger sie, trigger sie, lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg. Ey, Marlene. Die Rolle hat schon wieder den Strom ausgeschaltet, Mann. Was geht, meine Bodypeople? Und herzlich willkommen zum besten Kanal auf ganz, ganz YouTube. Wir spielen heute Phasmophobia. Ganz easy und peasy, richtig witzig, richtig funny. Wenn ihr einen Teil 2 haben wollt, hittet den Like-Button. Bei 100 Likes gibt's ein Part 2. Und nicht vergessen, Freunde, zu dem Zeitpunkt, wo ihr jetzt das Video anschaut, ist gerade jetzt mein Online-Shop rausgekommen. Das heißt, erster Link in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch jetzt nice Kleidung von mir sneaken? Wir haben Pullover, wir haben T-Shirts, wir haben Kappen, wir haben Beanies. In allen verschiedenen Farben, mit allen verschiedenen Designs. Ersten 50 Bestellungen, kriegen eine handsignierte Autogrammkarte dazu. Und noch eine Kleinigkeit geschenkt. Rauf auf den Link, bestellen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Schau mal das an, schau mal das an. Ich heule. Also du hast hier mal eine Taschenlampe, nimm mal eine Taschenlampe. Und dann kannst du die ein- und ausschalten. Ja, wir gehen einfach mal rein und schauen uns das Ganze an. Ja, auf jeden Fall, der Geist hört uns. Und wenn du den Namen von dem Geist sagst, dann triggerst du ihn. Also dann wird er noch aggressiver. Wieso soll ich das sagen? Wieso soll ich das sagen? Ist das nur das Haus? Ja, es ist nur das Haus. Wir müssen den Raum finden. Den Raum findet man nur mit diesem EMF-Messgerät. Ist das überhaupt ein? Hast du das überhaupt eingeschalten? Jetzt an. Da, Mel, wo bist du? Hi. Ja, was denn? Welchen Raum, dass der Geist sich aufhält? Mit der Maus. Du kannst das ja die ganze Zeit einlassen, das EMF. Habe ich auch. Warum klickst du da die ganze Zeit? Ich hör's klicken bis hierhin. Oh mein Gott. Du machst die ganze Zeit klick, klick, klick. Du musst jetzt den Raum finden, wo der Geist sich aufhält. Such ihn. Ich such ihn doch. Ja, such ihn jetzt. Ich such doch. Wenn wir nicht wissen, wo er ist, kann ich nichts machen. Oh, ich will nicht in den Keller gehen. Wieso nicht? Keller sind gruselig. Ich kann hier... Leute, das ist so geil. Je näher ich damit komme, desto mehr höre ich ihn. Hast du irgendwas gefunden da unten oder nicht? Oh mein Gott. Nein. Nein. Ich kann ihn einfach funken. Ja. Keith. Keith Thompson. Kieff. Keith Thompson. Keith Thompson. Hast du jetzt schon was gefunden? Ich weiß, dass er aggressiv wird. Marlene hat Probleme mit der Tür. Ich merk's schon. Marlene hat sich selbst eingesperrt. Was mach ich jetzt? Die Tür geht nach innen auf, Marlene. Ach so geht das. Ich verstehe jetzt. Wo ist das Licht? Ich seh nichts. Wo ist das Licht? Hat er das Licht ausge... Oh oh. Oh oh. Ah. Alter, er war hier. Hast du was gehört? Ja. Mein Dings ist angeschlagen. Auf wie viel? Die ganze Zeit so hin und her gedings. Auf wie viel? Wie viel Zahlen waren? Vier oder so. Vier oder so. Keine Ahnung. Hier schlägt das EMF an. Schau mal, ob hier irgendwo was ist. Am Boden oder irgendwie. Ey, du bedienst das Teil. Wieso weiß ich nicht was. Geh mal weg mit deiner Tuschelamme. Ich seh nichts. Leucht mal am Boden. Boden! Weißt du, wo der Boden ist? Ach, ich muss nochmal anmachen. Hier, hier, Marlene. Hier, hier, hier. Wo? Hier. Eine Hand. Und jetzt? Das heißt, er war irgendwo hier in dem Raum. Was nehmen wir jetzt? Bist du noch am Leben, Marlene? Was ist denn? Was machst du denn hier? Null Grad. Oh ja, unter null, oder? Null. Null? Null. Ja, die Temperatur bedeutet, ob wir Minusgrade haben oder nicht. Nein. Oh oh! Oh oh! Alter, was war das denn? Der Geist war neben uns. Er wollte uns. Er wollte uns hops nehmen. Siehst du diese kleinen Glühwürmchen, die da rumfliegen? Ja. Das sind Orbs. Banschi, Hante oder Obake steht bei mir. Ey, er hat die Kamera umgeschmissen. Ey! Oh, Junge! Mann! Warum machst du sowas? Wo ist denn jetzt die Kamera? Okay, nee, war nur ein Event. Er macht nichts. Alter. Wo bin ich? Er hat Marlene geholt. Er hat mich auch geholt. Er hat mich auch geholt! Was? Ja, das war absolutes Versagen gerade. So, jetzt holen wir aber den Geist. Es ist warm hier. Es ist warm hier. Es ist warm. Warm? Also, ich habe hier nur in der Küche was gehabt. Aber vielleicht ist sie auch hier im Vorraum. Ey! Och, Mensch! Wo ist der Strom? Jetzt hier hat das Licht ausgeschalten. Wo ist der Strom? Und jetzt? Oh, hier habe ich drei. Ich habe gerade drei. Drei. Hier passiert gerade was. Wie sie hier rumläuft. Alter, mit dem Lila. Machst du Akrobatik mit dem Stick, oder was? Wir gehen mal hier runter. Findest du irgendwo den Stromkasten? Ey, ich finde ihn nicht. Der muss hier irgendwo sein. Was ist denn? Was hast du denn? Ja, was ist denn? Nichts. Oh, sie ist hier im Keller. Ich habe vier EMF hier. Und jetzt? Sie macht hier irgendwas. Ich weiß doch nicht, was jetzt. Ja, ich weiß nicht. Ey, Marlene, ich habe keine Ahnung. Au, 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 au. Oh, ich habe sie gesehen. Hier war sie irgendwo. Fünf EMF, fünf. Sie ist hier irgendwo. Hast du gesehen? Nein. Was machen wir? Die war da. Ich schwöre. Ich habe gedacht, die holt mich hier gleich. Oh, sie steht da mal in Italien. Italien. Oh mein Gott. Okay, wir haben mal EMF. Das ist schon mal gut. Carol macht uns jetzt was zu essen. Was ist das? Carol! Du darfst nicht Auto fahren. Gehst du raus aus dem Auto? Carol! 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 Wie mache ich das aus? Marlene, entweder du machst das jetzt aus oder ich kriege einen Anfall. Mann, das geht nicht. Chad, wie geht das aus? Wie geht denn das aus, Chad? Ey, Marlene, wenn du das nicht gleich ausmachst. Hey, kriege ich ein Herz. Wo sind die Autoschlüssel? Hier. Nein, das ist ein Hammer. Mann, ich weiß es doch nicht. Oh Gott. Raus hier. Hier, ich habe sie. Ich mache das aus. Carol? Redest du mit mir? Carol? So was, sie war jetzt in der Küche, oder? Carol? Rede mit mir. Carol, wo bist du? Wenn du weiter so redest, wird sie uns gleich ins Gesicht hüpfen. Ich sage es dir. Wo bist du? Soll ich gar nicht mit ihr reden? Du bist hier gestanden. Doch, red mit ihr. Wo bist du? Wo bist du? Wird sie jetzt sagen, ja, ich stehe in der Küche und mache einen Donut? Sie ist da! Sie jagt mich! Carol! Carol! Lass mich! Alter! Ey, das nächste Mal gehst du da allein rein, ey. Ich schwöre es dir. Ja, war es lustig, oder? Sie steht, Carol, Carol, wo bist du? Sie war doch da! Sie ist vor dir gestanden. Ja, ja, ich kann überall. Ich stelle sie hier hin. Sie ist da. Sie ist da. Sie ist hier. Wo ist sie? Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Aline. Aline. Wo ist sie? Was machen wir? Was mache ich jetzt? Ich weiß nicht, sie jagt, oder? Jagt sie? Sie ist hier! Hier ist sie! Hier ist sie! Trigger sie! Trigger sie! Lauf weg! Lauf weg! Lauf weg! Lauf weg! Lauf weg! Alter! Ja gut, wir sind tot! Was soll ich denn jetzt machen? Hallo, Dome! Aber nie, oder? Dome! So, ich stelle das mal auf in der Küche und schaue mal, ob es Orbs gibt. So, let's go. Lene, mach keine Faxen jetzt hier. Kann ich irgendwas machen? Wie mache ich das, Leute? Hast du die Psycho-Alte gesehen, Alter? Lauf ich das wieder ein. Lauf ich das ein. So, ganz schnell. Wir müssen jetzt schnell handeln hier. Schnell handeln. So, Kamera aufstellen. Hier. Wie werfe ich ihn ab, Leute? Daneben den Dings aufstellen. Auch hier. Hier. Ha! Mann, das ist unmöglich! Ich bin zu langsam! Das geht nicht! Was ist so lustig? Wie werfe ich ihn ab, Leute? Daneben den Dings aufstellen. Wie werfe ich ihn ab? Was für eine Taste? Auch hier? Hier? Ey, was machst du hier denn? So, also, was wirst du machen? Nimm dir das, was du machen willst. Ich lasse dir frei aus, weil ich stelle mich in die Ecke und schaue nicht hin. Alter, warst du schon mal... Warst du schon... Warst du schon mal in mir drinnen? Also, nicht jetzt in Real Life? Äh, nee, nicht in Real Life. In In-Game? Ja, wie machen wir das jetzt? Ich geh! Ich geh! Such mal EMF! Such mal, wo es anschlägt! Rein, rein in die Feuerluke! Leute, ich hab... Sie geht hier entlang, seht ihr? Sie ist jetzt drin. Ich kann jetzt leider nichts mehr machen. Boah, ich will doch gar nicht in den Keller gehen. Ich glaub nicht, sie ist sicher gleich tot. Was machst du im Keller? Gucken. Ich bin Marlene und ich geh hier lang. Lalalalala. Schlägt, okay. In der Garage schlägt die an. Wie viel? Drei. Also, wir brauchen entweder fünf oder nichts. Elf! Die Holle hat schon wieder den Strom ausgeschaltet. Mann! Wie sie hier rennt. Oh mein Gott! Aktivität ist wieder auf fünf. Oh, die kommen da jetzt mal rein. Die muss jetzt irgendwo da sein. Wo bist du denn überhaupt, Marlene? Marlene! Ja? Marlene! Marlene! Achso, hier. Ich schau jetzt mal, ob Fußspuren sind hier. Was machst du denn hier? Warum pustest du so Luft raus? Oh, ich hör doch da was bei dir grad. Oh, hier. Die ist vorbeigelaufen. Ey, die schmeißt hier. Schau mal, die schmeißt hier mit Tassen rum. Mein teures Silberbesteck! Bleib wieder am Rumwerfen! Mann, ich find hier gar nichts mit dem Rotz. Ey, ich hab nen Knochen gefunden. Hier ist kein Ausschlag. Gar nichts. Wie nehm ich das? Bist du schon da, Marlene? Komm, nehm. Ey, bist du gestorben auf dem Weg? Wo bist du denn? Ha! Ja, der schmeißt hier alles. Aber hier ist kein EMF. Hier ist gar nichts. Nichts. Hier, fotografier hier mal den Knochen da. Was war denn das jetzt für ein Schnappschuss aus dem Hüftgelenk, Alter? Wieso hab ich hier grad Geräusche gehört? Ich weiß zwar nicht, wo hier ein Knochen sein soll. Ey, Marlene, also fotografierst du auf jeden Fall keiner, ey. Ich sag's dir. Hä? Da hast du gute Fotos gefunden. Was willst du denn? Ich find hier gar nichts. Ich find hier absolut gar nichts. Ey, ich hab keine Ahnung, wo die Alde ist. Ja, was jetzt? Soll ich sie rufen? Hier, Poltergeist. Ihr habt doch Sachen geworfen, oder? Ja. Mein teures Silberbesteck, der wieder am rumwerfen. Ich hab doch keine Ahnung. Ey, Marlene, wo sind diese Fotos gut geworden? Siehst du das noch? Nee, ich seh hier gar nichts. Hä, bist du blöd? Sophie, ich komm rein. Ob's dir taugt oder nicht, ich hol dich jetzt raus. Bei den Ohren. Ey, Marlene. Keine Orbs. Hier raufklick. Nee. Sie ist gerade durchgegangen. Ja, wenn's so Düt macht, dann geht sie durch den Bewegungsmelder. Domme. Ja. In der Küche sind Orbs am rumfliegen. Ja, dann haben wir ja wenigstens schon mal etwas. Aber die Aktivität ist gerade so hoch, Alter. Aber die geht da nicht durch. Wo geht die? Was macht die, Alter? Macht die ein Bad gerade, oder? Nichts. Siehst du sie? Nein, aber es hat geflackert ein bisschen. Oh. Ich seh sie nicht, aber dieses Laserding hat gepiept. Ey, die war da. Ich schwör, die hat gesungen in mein Ohr. Schreib in das Buch rein. Tschüss. Ich geh wieder. Ey. Was ist? Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Dame, mach die Tür auf. Dame, mach die Tür auf. Dame, mach die Tür auf. Du musst sie verstecken. Du musst sie verstecken. Ganz nicht. Sie jagt versteck dich irgendwo im Eck und sag nichts. Und mach die Lampe aus. So, jetzt kannst du raus. Jetzt kannst du raus. Marlene! Nee, du kannst nicht raus. Oh mein Gott, sie jagt. Sie jagt so hart. Sie jagt so hart. Ey, komm jetzt schnell raus. Sie hat aufgehört zu jagen. Komm, 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 komm. Okay, wie gehen wir das jetzt an? Was ist unser Plan? Haben wir einen Plan? Sie wird jetzt gleich wieder singen anfangen. Nee, sie hat nicht reingekritzelt. Dame, zehn. Zehn. Jetzt wieder auf vier. Lebst du noch? Nein. Dame! Schon wieder. Was macht sie? Alter, was macht die denn hier? Sag mal, was mache ich jetzt? Ich kann das nicht allein machen. Ich laufe gleich mit einem Kreuz durch die Gegend. Hier. Ich verbanne dich, wo auch immer du bist. Wie mache ich das Kreuz an die Wand? Ich habe mich gerade so gottlos erschrocken. Können wir aufhören? Ich will nicht mehr. Sie hat es nicht gesehen? Sie jagt. Sie jagt. Ist das Marlene hier? Ist das Marlene? Was? Hey, Marlene, was machst du da? Lass mich raus! Marlene kriegt die Tür nicht auf. Doch, ich will nicht mehr. Ich muss hier raus. Ich kann das nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Kann ich irgendwie aufhören? Das war es, meine Freunde, mit dem Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hittet mal den Like-Button. Bei 100 Likes gibt es einen Teil 2. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, nettes Kommentar lauern lassen. Bis dahin, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, ciao und reingehauen. Tschüss, ciao und reingehauen.